was geht meine freude will kommen mit so einem weiteren lp-minder-satz 222 f0 meine damen und herren ja das habe ich auf jeden fall mal zum voting gestartet ja und nach acht monaten kommt das versprochen lp dazu ja ich halte mein wort auf jeden fall so grand prix mode so welches auto nehmen wir ich nehme mal das hier so hier gibt es mehrere liga glas beginne keine ahnung was es bedeutet night league wenn wir jetzt machen es gibt expert beginne standard ich glaube beginne aber auf jeden fall safe nicht ich weiß nicht welche liga man ich glaube man müsste irgendwie expert spielen um alle liegen zu sehen ich bin mir nicht sicher das werde ich jetzt erst mal nachgucken wir sehen uns gleich wieder ja freunde wie gesagt es gibt hier nur die drei liegen also das heißt wir werden in jedem part eine liga machen ja und ich werde alles auf standard glaube ich machen bin mir nicht sicher und was wollte ich noch sagen genau wenn man alle liegen auf expert schafft dann gibt es noch eine schwierigere klasse die man auswählen kann aber ich glaube nicht dass ich da irgendwie gut bin darin ich weiß nicht mal ob ich standard überhaupt packe ja wenn auf jeden fall jede liga machen wenn wir auch glaube ich hoffentlich schaffen ja und jetzt let's go meine damen und herren f0 hier kann gar nicht so lange dauern hier okay ja ich bin echt ungewohnt im spiel muss mir erstmal richtig anschauen weiß auch nicht wie man turbo macht weiß auch gar nicht wofür die power ist aber doch stimmt jetzt weiß ich es okay macht sinn hier kann man driften mit l und r tasten mit den schultertasten jeweils das ist wenn man um die scharfe kurve gehen will so wissen gehabt ritter das ist ziemlich nice eigentlich ja genau solche kurven da wenn die soll kommen ja dann könnt ihr richtig geil driften aber ich bin jetzt so gut wo ist der letzte wo ist der erste den sich noch gar nicht so ja hier überholen sie mich alle aber wir haben noch genug zeit und die musik ist so nice oh yeah die musik ist so richtig geil ich liebe diese musik jedes mal kann ich die mir anheuern du 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 bin ich erster nein bin ich nicht wo ist denn der erste ich sehe kein r1 überhaupt nicht hier kann ich mich jetzt mal schön die power aufladen es wird noch kranker meine freunde also das ist jetzt hier noch baby einfach eigentlich also hier sollte man schon der erste werden aber gar nicht hin okay das ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen die letzte runde fuck ich bin vierter mann dritter komm ich will mindestens mindestens zweiter werden bitte wenigstens zweiter von mir aus nein kann doch nicht dein ernst sein ich weiß nicht ob dritter gut ist wahrscheinlich eher nicht oder ja drei von vierter das ist ziemlich schlecht naja vielleicht mal hier erster oder so das wäre nice ich darf glaube ich nur nicht vierter werden wir werden schon gestern fuck wir werden schon gerne erster in jedem also zumindest erster platz nicht komplett jeden in jeder runde ja ich bin komplett schlecht in dem spiel wie gesagt voll leid aber jetzt auch nicht so intensiv dass ich da irgendwie so die skills drin hab ja bedenke ich meine ich nicht mal gut ne hier der erste bestimmt bist du der erste bitte lass mich dich überholen bitte lass mich dich überholen ja baby komm ja ja das war ein bisschen power aufladen komm ich will dich überholen bitte komm da ist er schon komm her komm her der lässt mich gar nicht vorbei der wichser komm du huden kobold jawoll ja da überholt er mich natürlich wieder ah fuck you fuck you man kleiner wichser du komm her nix cool two laps left lass mich einfach erster werden bitte komm baby 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 denke so expert würde ich nie im leben schaffen freunde also ihr seht schon mein skill ist jetzt nicht der das krasseste in dem spiel ja das denke ich war vielleicht ganz okay weil ich halt einfach viele rennspiele gespielt habe aber es ist nichts krasses so ich bin immer noch erster sehr schön das ist auch nicht ganz einfach hier da durchzukommen aber ich würde überhole schon ziemlich viele bastarde sehr schön überrunde ich den der ist vierter glaube ich gewesen oder ja die nerven mal übelste man darf auch nicht zu oft gegen diese bande da knallen weil man sonst zerstört wird ja ihr werdet komplett zerstört weil ihr seht ja hier oben rechts die power anzeige und wenn ihr zu oft dagegen knallt dann verliert ihr die halt und dann seid ihr kaputt ich weiß ich weiß da nicht ob man gemover ist ich weiß es gar nicht mal glaubt man ist dann einfach gemover so erster sehr schön einmal dritter geworden einmal erster das problem ist immer noch ich habe keine ahnung ob ich wieder platz ich bin ja muss man es jetzt einfach nur schaffen oder soll ich jedes mal erste werden ich habe keine ahnung aber ich werde jetzt auf jeden fall versuche jetzt einfach immer zuerst zu werden ja okay die map ist nicht mal so einfach deshalb braucht schon die bisschen drift taktik würde ich mal jetzt sagen da haben wir schon ein bisschen driften es kommt mal sehr schwer um die ecken okay hier da da krieg ich schon jedes mal da knall ich schon jedes mal dagegen ja hierzu kann man hier die power ein bisschen aufladen jetzt werde ich hier kompletter marsch man ich hasse diese map die ist übelst guckt sich einfach an ich bin jetzt confused hier aber man muss einfach die r taste gedrückt halten wenn man um die kurve geht darf die auch nicht einfach loslassen dann ist man auch besser dran ja dann kann man auch viel ja gut merke ich mir jetzt einfach ja und das ist eine scheiß kurve ja die ist richtig beschissen gemacht komm ich will nicht vierter werden das wäre das wäre einfach nur scheiße man komm ich krieg dich schon dritter platz dich kriege ich schon nein warum komm baby verpiss dich man ich will dich überholen du pissviech ey man das ist jedes mal derselbe schwachsinn das ist so richtig unfair die stelle komm dich überhole ich noch auf jeden fall komm da werde ich schon limit 5 soll das denn heißen fuck you man oh mein gott bist du r2 ne oder kann ich nicht oh mein gott man muss einfach nur rechtzeitig gas einfach komplett ausschalten erstmal am richtigen zeitpunkt ja r2 bitte lass mich zweiter werden das wäre absoluter hammer das wäre der absolute hammer ja komm komm schobst mich nicht du wichs fresse schobst mich doch nicht du so ein wichser der typ dich überhole dich noch alter du erschlok dich überhole dich noch du arsi fuck fuck ich überhole dich noch man nein man ich hätte ihn überholen können ok ich weiß echt nicht was jetzt passieren sollte ich weiß nicht wie viele maps überhaupt äh wie viele es auf jeden fall gibt in einer liga ich habe es wirklich keine ahnung man wie die immer schubsen das ist so unfassbar alter ist ja komplett eng hier da kannst du ja nichts machen man die schubsen nur das hat irgendwie ein gegenwind hier in dieser map wundert mich irgendwie grad weil er irgendwie ein bisschen weiter rechts geht ja so ein kleiner wind ist auf jeden fall hier ich weiß nicht mal ob das an meinem controller liegen soll oder man ihr wichser scheiß gegenwind alter hier werde ich safe vierter alter wie will ich hier dritter werden wenn der bastard nur schubsen kann ja guck mal jetzt überholt er mich weil er den turbo benutzt hat wahrscheinlich ja das system überhole ich safe nicht hab schon den turbo vergessen komm dich überhole ich jetzt komm guck dich die arschlöcher man die sind immer vor mir diese gelben wichser ja genau hab ich überhaupt nicht getroffen schummel weiter spiel bitte ja komm ey meine güte meine lab let's go man guck dir sich fair play sau fair geil macht spaß dankeschön fürs schubsen ihr wichser ja guckt euch doch einfach mal an man man jedes mal bin ich werde ich geschubst fickt eure fetten mütter alter fette orgasmus bremsen alter hässliche huren söhne jedes mal derselbe schwachsinn huren söhne und so soll er sogar noch mal das diese kack map machen ist mir scheißegal ich werde auf jeden fall eh nicht safe erster mach einfach alle liegen durch ja zeig sie euch dann seht ihr sie und dann war es das auch für dieses projekt weil ne erwartet vor mir überhaupt nicht dass ich hier erster werde guck euch einfach an man man fickt deine henne du fette schwein alter komm überhol den doch man so 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 also wie gesagt man muss sich selber mal gefahren haben diese strecke weil man deine mutter so auf jeden fall man muss sich selber gefahren haben die ist irgendwie saue komisch man man fliegt ja immer irgendwie gegen irgendwas alter weil das ist ja kack gegenwind ey guck mal da ist der R1 ja natürlich den überhole ich jetzt bestimmt noch und gewinn dann ist ja ja safe safe call oder ohne die Tore mitzunehmen wie ich diese kack map hasse einfach alter richtig beschissen gemacht richtig schlecht gemacht guckt es euch einfach an jedes mal derselbe schwachsinn alter man man komm R2 den überhole ich auf jeden fall noch komm man fick dich jetzt block doch nicht alter ja ich bin kurz vor dem Powerverlust hab kaum noch Power hier ja guck mal natürlich treffe ich den Turbo nicht guck mal perfekt auf den Turbo drauf man man dieses Spiel ist doch schlecht es ist einfach komplett scheiße diese Map dieses Map ist so beschissen ich hasse diese kack map alter verfickte kack map schon wieder vierter alter und ich war kurz davor erster zu werden weil diese kack map immer wieder dasselbe schwachsinn ist immer dasselbe schwachsinn der kack gegenwind der ist einfach scheiße guck mal ich bin noch auf den Tor drauf man hier auf dem Tor bin ich die ganze Zeit drauf ne zählt nicht denken sich die Entwickler alter pisst euch einfach meine Güte ja genau gerammt fettes stück scheiße Spiel hässliches stück scheiße ja Rang 3 Huch in so ein Spiel das ist mir scheißegal erster werde ich sowieso nie in diesem Spiel als ob ich erster werde ha 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 ja ich kapiere gar nichts aber ok ja ja geile Map richtig geile Map Map Design hoch Millionen geile Map hier muss man aber sehr oft von der Bremse weggehen jetzt fliegt man hier noch aufs Maul guckt euch einfach an jedes mal schubsen diese Hurenzöhne alter das sind solche richtigen Bastarde wisst ihr das? jedes mal schubsen sie wie die größten Bastarde auf Erden alter richtige Hurenzöhne seid ihr ja ich bin tauch nice dreckige Scheiß Map diese Maps hasse alter manche Maps sind einfach komplett scheiße ja diese Map ist genauso mit eingeschlossen alter das komplette Bullshit lass mich nicht einfach überholen ein Stück Scheiße guckt euch einfach an guckt euch einfach an wir schubsen nur können die überhaupt was guckt euch einfach an guckt euch an nö in meinen Augen bin ich erster nö werde ja nur geschubst geil braucht so viel Spaß hammer geiles Gameplay richtig geil man muss einfach nur die weg schubsen geil kann auch schubsen da komm schubs ich dich du fette Missgestalt alter ein Stück Strick alter ein Stück Kacke guckt euch einfach an nur schubsen können sie nur schubsen der schubs schon wieder jedes mal alter jedes mal schubsen sie nur jedes verfickte mal wie ich diese Map hasse alter guck mal die schubsen man das nicht so auf man ein zwei komm ich hasse deine Mutter alter jedes mal schubsen sie sinnlos dieses Spiel sinnlos ja fick deine fette mam du fette Schwein ja nice mhm lap 4 äh Rang 4 mhm hab nur noch wenig Power mhm 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 und jetzt ist mir scheißegal ich geb nen Fick drauf alter diese Drecksmap ist sowieso beschissen komplett scheiße gemacht komplett schlecht einfach nur schlechtes game design komplett scheiße der Entwickler hat da irgendwie hat er irgendwie Crack geraucht während dieser dreckigen Scheiße guckt es euch einfach an was soll denn der Schwachsinn hier jedes mal alter jedes mal dasselbe Blödsinn jedes mal haben wir dasselbe Blödsinn an der Backe ja fick deine Mom Rang 5 mhm überhole ich jeden aber okay schopsen nur weg diese fetten Huren die können auch nur schopsen ja nix weiter können sie ja wir los ist mir scheißegal wer sowieso verdient erster wenn die nicht schopsen könnten wenn ich wenn man nicht in diesem Spiel nicht schopsen könnte ja ich sag's euch dann wäre ich erster ganz einfach weil die nur schopsen können die können nur schopsen wenn die Gegner durch dass man durch die durchgehen kann wenn es so wäre wisst ihr wieviel Platz ich wäre richtig dieser Platz hier weht ihr bis jemand mich wegschubst dann bin ich wieder schlechter Platz pass auf aber sobald mich keiner wegschubst passiert auf einmal nix passiert bis jetzt nix hat mich jemand hier grad geschubst nein und wievieler Platz bin ich zweiter so na die Map naja guck mal schon wieder geschubst ich sag's euch nur schubsen ist einfach die größte Mistgestaltenaktion die man machen kann na guck mal der lässt mich nicht mehr durch so fette Mistfotze komm her bitte man ich hasse das jedes Mal dass ich da nicht drüber springen kann das ist immer verfehl man fick dich du gelber Bastard du so bitte lass mich einfach zweiter werden das wäre einfach ne Hammer ich schaff's nie da rüber zu springen guck's euch einfach an schon wieder wurde ich geschubst ah immer noch Rank 2 immer noch ganz ok komm lass mich einfach zweiter werden bitte na guck jetzt sind die beiden Bastarde hier ja yes erster muss ich aber nur aushalten dass ich es auch erster bin und bleib na fuck das ist schon mal perfekt gefahren ja nö ne nö natürlich nö erster bin ich ja fick deine Mom gelb geschummelt gelb schummelt Was wollen die jetzt? Was wollen die jetzt? Was soll das jetzt sein? Okay. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder bei F-Zero, bei Queen League, meine Damen und Herren. Ciao, bis zum nächsten Part von diesem Spiel.